Moin Moin und willkommen zur dritten Folge Let's Play. Was sagen wir überhaupt? Blacklight Retribution. Ja, mir ist kurz entfallen. Ich habe meinen Brainfords, den täglichen. Ja, wir haben schon erfolgreich zwei Let's Plays absolviert und waren gar nicht so schlecht, wie ich finde. Naja, ging. Ja, komm. Also die konnten halt unsere Proberunde nicht sehen, deswegen haben wir jetzt dieses Mal auf die Proberunde verzichtet und hauen direkt voll rein. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wir hoffen das Beste für uns. Wir werden dieses Mal kein Picture in Picture machen. Das werden wir nur ab und zu machen als Feature und ab und zu werde ich auch mal ein paar Videos vom Carsten zeigen, wie der spielt, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, dass er tatsächlich gut ist und dass ich ihn nicht nur immer lobe. Und dann kann man auch mal sein Pech sehen, was er ständig hat. Als Videobeweis quasi. Ständig, ständig. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. So am besten, jetzt nehme ich jetzt einen, weil bei mir hat es ja eben letztes Mal nicht geklappt. In der Lobby? Das mach ich mal. Annehmen. So. Okay, oh, es geht schon los. Sind wir jetzt diesmal in einem Team? Ne, natürlich nicht. Wir sind nie in einem. Also ich und der Garth sind nie zusammen in einem Team. Oh, und da hat er mich schon. Scheiße. Das ging aber fix so. Siehst du, jetzt läuft es für dich, würde ich sagen. Oh, das ist meine Map. Scheiße, der meint aber auch. Oh. Was, schon? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Oh, Mann. Okay, das war eine richtig geile Runde. Ich hab richtig abgerockt. Oh, ich hab 100 Punkte gemacht. Ja, durch meinen Kill. Pack dir doch ein Eis. Ganz ehrlich, super toll. Scheiße, ich hab null Punkte. Ich hab sogar Minuspunkte, glaube ich, oder? Weiter zur Pause. Oh, was sagt denn der Punktgestand? Ah. Gewinde 3 Team passiert aber Team. Ich hab jetzt erst auf den Erfolg bekommen für diese Runde. Hahaha. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt kannst du mal versuchen das Team zu switchen. Wo denn, wo denn? Ähm, einfach auf mein Team klicken. Unten auf den freien Platz, glaube ich, oder? Hm, nö. Ah, wie geht denn das? Wenn ich wüsste, wie man ja so schadet, ist voll. Ah, fuck. Ich sah jetzt auch hier keinen Button zum Wechseln. Ich auch nicht. Das müssen wir noch irgendwie rauskriegen, wie das funktioniert. Ja, Leute, wenn ihr eine Ahnung habt, wie man das Team bei Blacklight wechselt, dann sag mal bitte Bescheid. Wir würden gerne ab und zu auch mal das Team wechseln. Hahaha. Mal zusammenspielen. Ja, nicht immer nur gegeneinander. Wir talken nämlich echt immer nur gegeneinander. Das ist richtig übel. Ja. Lasschen, nachher hassen wir uns. Nein, 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 nein. Nein. Es wird eine starke Abneigung entstehen, aber hasst wirklich oft. Boah, was kommen hier für Messages? Alter. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ich guck gleich mal kurz, ob meine Einstellungen... Der Sound kommt mir wieder mega laut vor. Ne, ist aber immer noch genauso wie letztes Mal. Ach, ja. Oh. Coololulu hab ich erschossen. Coololulu. Oh, wen haben wir denn da? Nein! Scheiße. So fängt's an. Und so hört's auch auf. Nämlich... Tod. Ich werd diese Runde nicht überleben, ne? Scheiße. Oh, Mann! Ah, Killassist bekommt dich. Alter, läuft einfach mal vorbei. Das gibt es doch nicht. Kann man hier schießen, wenn man von dieser Granate getroffen wird, oder was? Ich glaub da sind noch ein paar Granaten dabei, die uns unbekannt sind und ziemlich fies sind. Ja, ich werd hier auch getroffen ohne Ende. Alter, was ist das denn? Boah, WTF? Die verpixelt alles. Oh, sorry. Nur mehr furchtbar leiden. Ohohohoho, scheiße. Vorletzter Platz. Ich glaub hier in der Lobby wird's echt schwer sich nach oben zu campen. Die sind hier ziemlich gut. Ja, ich merk's. Okay. Ist aber auch fordernd. Und fördernd. Und, äh... Ich weiß nicht mehr. Alter! Machst du das? Äh, nee. Okay, ich darf nicht. Das gibt's doch nicht. Ich bekomm hier nur Assist-Punkte. Fassbar. Boah, aber meine Leute sind noch so mega dämlich. Und trocken alle auf einem Haufen. Diese voll Idioten. Ich treff aber auch nicht. Hab ich dich gerade gekillt? Ähm. Ich glaub schon. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, irgendwie... Keine Chance. Ja, frag mich mal, diese... Leute hier sind auch irgendwie... Mein Team verwirrt mich grad auch so ein bisschen. Diese Pixelwand hatte ich eben auch. Die ist seltsam, ne? Ja. Oh, ich campe jetzt einfach. Keine Chance. Beim Campen? Ja. Krieg nicht sofort. Alter, what the fuck? Ich werd ja von irgendwas gekillt und ich hab keine Ahnung was es war. Eine Granate oder so. Ah, wenn ich anfange zu heulen, bitte nicht wachen, ja. Pfff. What the fuck? Alter, was fliegen hier für Granaten rum? Das ist doch nicht normal. Ich blicke hier nicht durch. Nee, hier auch nicht. Also, irgendwie hab ich das Gefühl, als ob die letzten zwei Tage völlig, äh... von mir vorbeigezogen sind, ohne dass ich was dazugelernt hab. Pfff. Aber ich hatte auch nicht groß das Gefühl, dass ich irgendwas lernen müsste. Also, ich mein... Jetzt komm ich mir echt dumm vor. Mit den ganzen Granaten, als wenn ich irgendwie... Keine Ahnung hab, wie man das überhaupt benutzt. Alter, ich treff ihn einfach nicht. Unfassbar. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Hey, ich krieg nix. Ich treff noch nicht mal irgendwas. Ich mein, das kann ja nur besser werden, eigentlich, ne? Eigentlich ja. Oh, what the fuck. Hey, das gibt es nicht. Ich... 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 Ich lieg ja mehr in der Gegend rum, als dass ich rumlaufe. Haha. Nein! Ich treff aber auch nix. Alter, ich hab ne KD von... Ich bin der letzte aus meinem 5 zu 11. Hahaha. Bin ich schlecht, diese Runde. Was für ne Lobby hast du mich hier gebracht? Willst du mich verarschen? Ich weiß es. Ich fand die letzten Lobbys besser, wo ich... wo ich... so glanzvoll da stand. Und jetzt steh ich hier einfach wie der größte Noob da. Ja. Geht mir genau so. Alter! Nee, er soll jetzt langsam... Unfassbar, Alter. Das geht nicht. Ey, was?! Das ist doch nicht normal, da messert der mich! Ah... Meine Fresse... Alter... War auch immer... Dich, ne? Ja. Alter, die haben auch... Da hat ja so'n Schild! Ja, der ist... Der ist echt mies. Da kannst du nix machen. Du triffst den, aber... äh, hältst er still Schnell vor und dann kriegt er kein Leben abgezogen. Oder nur ganz wenig. Ja. Das ist echt richtig asozial. Boah... Das gibt es nicht! Die sind einfach... Ich hab das Gefühl, die sind alle schneller als ich. Da ist auch die dicke Ruhe rein. Das bringt ja hier nix irgendwie. Schon ist einer hinter mir. Boah... Du weißt das! Ja, aber ich glaub, da spielen auch ein paar zusammen aus dem Team. Der mit dem Schild läuft immer mit zwei anderen rum. Die dann auch noch Deckung geben. Das ist richtig übel. Also, einen holen werde ich diese Runde ganz bestimmt nicht mehr. Die Frage ist... Was kann ich... Daraus lernen? Hm. Ach, scheiß drauf. Ich muss nix lernen. Ich muss ein paar Leute entkillen. Oh, ich lebe noch. Ich lebe sogar noch. Ich lebe noch. Oh! Danke! Bitte? Das war ironisch gemeint. Oh! Krach ist gut was. Na ja. Schön wär's gewesen. Das ist unfassbar. Ah, one minute noch. Da krieg ich doch nix gerissen in der Zeit. Niemals. Boah! Was? Setzt der mir da nen krassen Headshot? Ich fass es nicht. Oh, mein Kopf explodiert. Komm, kann ich ja vergessen, dann passiert nix mehr heute. Niemals. Niemals. Oh, was? Ich will der mich verarschen mit seinem scheiß Scharschützengewehr. Ich fass es nicht! Oh, kack Granate. Alter! Das gibt's doch nicht. Oh, ich lebe Lobby. Guck dir schon an, hier mit ihren komischen Special-Moves und den goldenen Waffen. Ja, komm Alter, leck mich doch. Das sind alles, die gerne Geld ausgeben. Scheiße, dann kannst du halt nix reißen. Aber wir bleiben trotzdem in der Lobby, oder? Ich mein, wir stehen ja auf Herausforderung. Genau. Oh, ich hab neue Belohnung. Ein Zufallspaket Deko-Anleger. Ich hab aber irgendwas neues gekauft. Ich guck mal direkt hier Bewaffnung. Ah ne, anpassen war das immer. Waffen. Was konnte ich denn hier alles umstellen? Was konnte ich denn hier alles umstellen? Meinen Schaft konnte ich noch umändern. Welcher Schaft gibt denn hier... ...schön viele grüne Punkte? Der da. Da geht's. Da geht's. Oh, das wäre die gleiche Map. Ja. Das ist immer nur die Map. Das ist immer nur die Map. Das ist ja auch ein bisschen doof, oder? Nehmen wir die gleiche Map? Minimal, ja. Was? Wie geht das denn? Was? Wie geht das denn? Na, würde ich sagen. Das ist echt übel. Ich wollte das eine Runde halt noch hier durchhalten, weil das kam mir echt eben so mega unverschämt vor, dass die... Die hatten einfach nur Glück. Die hatten einfach nur Glück. Boah, what the fuck! Das ist doch nicht und der läuft dann mit einem ganz kleinen Filzelchen Leben durch die Gegenden, stirbt nicht, ich... Nee, also das kann ich sagen. Zwei Treffer gibt er mir mit seinen Scheiß-Stürmen-Präer und ich bin down. Das ist mir okay. Jaja, du hast ein dickes Rüstung dran, das ist total lächerlich. Aber irgendwie hält der Rüstung auch nicht viel aus. Das ist mega seltsam. Was? Ach, lecker. Spawn, sterben. Spawn, sterben. Spawn, sterben. Ja, habe ich zum Glück noch... Nicht so eine Arschkarte, ich kann wenigstens ein paar Sekunden leben, bevor ich hier... Och, Mann! Machst du das schon wieder? Ja. Haha, sorry. Ich gebe mir die größte Mühe, dich nicht zu töten, aber du läufst mir auch den ganzen Tag über den Weg. Was? Alter, Vater. Ey, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch nicht dem sein Ernst. Habe ich wieder Punkte eingebüßt. Keine Chance, Alter. Nein, die Kackgranate hat mich getroffen. Und ich dachte ich wäre weg. Hehehe. Hehehe. Ah, diese scheiß lahm... Fuck. Diese Granaten sind echt übel. Ich habe noch nicht... Also ich habe jetzt vielleicht zwei oder drei Granaten im ganzen Spiel geworfen. Normale. Die rasten hier mit ihren scheiß Slamgranaten aus. Das ist so richtig... Abgefuckter Style. Töte auch so ein Schild auf dem Dicken. Bisschen übel, ne? Dann kannst du den von er Nämlich abknallen. Boah, ich bin echt der Spieler, wenn ich so weg finde, das ist mir zu aggressiv hier. Also irgendwann gerne, wenn ich auch so ein Mega-Pro bin, aber jetzt gerade, das kann doch nicht wahr sein. Nee, das ist echt krank. Tausend Granaten und auf dieser kleinen Map, weißt du, das ist echt... Vor allem immer solche Special-Granaten. Denn das kann doch nicht wahr sein, schon wieder von der Granate! Das ist mir jetzt schon echt zu Call of Duty, vielleicht. Die Nuketowern, weißt du? Ja. Du spawnst nur, um sofort zu sterben. Hä, was ist jetzt passiert? Ganz ehrlich, ich gerade einen Disconnect habe. Ja, liebe Freunde, ich habe gerade meinen täglichen Disconnect. Das kann sich nur um einige Minuten dauern, bis ich wieder im TeamSpeak-Channel bin. Ihr werdet gleich die verlockende Nachricht hören. Verbindung zum Haus wurde getrennt, ja, komm. Verbindung verloren. Dann muss ich kurz wagen, bis ich wieder connected bin. Dann kann ich nämlich auch wieder joinen. Verbindung verloren. Verbindung verloren. So, ich hatte gerade meinen Disconnect. Runde noch zu Ende spielen, wie lange dauert die noch? 4 Minuten? Ja, dann mach mal weiter, dann passe ich hier noch kurz meine Waffen an Was gibt's denn hier Schönes? Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ich überleg nämlich, ob ich mir eine Zweithafel zulegen soll Ne, weißt du was, dann verlasse ich auch Na gut, dann machen wir einfach nochmal eine Runde auf eine Lobby Moment Was ist das für eine Waffe? Salvengewehr Salvengewehr hat eine schnelle Salve von 3 Kugeln Ne, das kann ich ja überhaupt nicht ab AK470 Riffle, das hört sich doch mal geil an Aber dafür habe ich nicht genug Credits Schade Muss ich wohl noch ein bisschen sparen Obwohl ich dem Sparen doch so schlecht bin Moment, ich lade dich zum Hostel und zum Team ein Ist klar So Tja ja, so ist das, wenn man äh Nicht weiß, wann dann Disconnect kommt, das ist richtig abgefuckt Ich guck mal, ob ich jetzt mal ein Spiel suchen kann Bist du bereit? Ich bin bereit Oh nein man Na, da labert irgendeiner Na da hab ich keinen Bock drauf, Alter die labern in dem Pulch Ach du Scheiße Also ich hab's ausgestellt Wie machst du das? Ähm in den Einstellungen Unter Audio Option Einstellungen Audio Und wo ist das? Das ist... Nyeh 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 HIT-Audio. Dialog-Lautkacke, ne? Genau. Ok, danke. Top. Dann könnte ich nämlich diese scheiß Gelaber von diesen Fritzern auch... ... ausscheiden. Das geht mir doch immer auf den Sack, wenn die da in irgendeiner Lobby... ... ein Team Chat anhaben. Ja, ja, das ist lustig. Ansteckend. Ach du scheiße. Ja TURK, TURK, genau so siehst du auch aus, ne? Trotzdem höre ich hier irgendein Stimmengewirr. Wir sind schon wieder im Gegnerteam, ne? Ja, war klar, dass wir im Gegnerteam sind. Wie immer. Ist aber so, klar. Tut mir leid, ich bin echt hinter dir gespawnt. Oh, gib mir dieses Klaber auf den Sack. Ich habe es ausgestellt, aber ich höre sie trotzdem noch labern. Warte, ich stelle mich mal hier in die Ecke und gucke nochmal nach. Einstellungen. Was ist das? Hit-Audio? Eins von dem muss es sein. Weil ich habe es ja auch irgendwie... Ne, ich höre sie immer noch. Das gibt es nicht. Okay, ich glaube, jetzt habe ich sie ausgestellt. Schlimm genug, dass wir den Chat voll labern, aber die türkische Strache finde ich echt so unglaublich unerträchtig. Ach ja stimmt, ich habe ja meine komische Brille damit, dass ich alles sehen kann. Ja, die ist ja auch noch da. Me, das kann nicht wahr sein. Ich bin wieder am Ablosen hier. Das ist diesmal, diesmal ist das Capture the Flag. Ach so, ja. Ah ja stimmt, jetzt habe ich Tatsache. Jetzt merke ich es auch. Ich habe nicht so wirklich auf den Spielmodi geachtet, als ich es geschafft habe. Ach du Scheiße. Ja okay, jetzt weiß ich auch, dass das Capture the Flag ist, weil die gerade alle an der Flagge hängen. Ist auch klar. Ach Mist. Fast, fast. Das gibt es doch nicht. Also die Runde bin ich echt, also überhaupt heute. Ich spiele es einfach. Ne, ich sag nichts. Ich will wieder Team Deathmatch spielen. Ich fange gleich schon an zu heulen quasi. Alter Verwalter. Verwalter Peter. Verwalter. Und der stirbt einfach nicht, will er mich verarschen. Ich... Oh, das... Meine Fresse, ich brauche irgendwas um meinen Aggressionsverein laufen zu lassen. Ich bin ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Arschgefickte... Nicht jugendfrei. Der spielt sowieso nicht jugendfrei, ich darf ruhig. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Das erträgt der... Turck. Ach komm, den kann ich ja... Ja komm, fick dich ja. Scheiße. Egal, jeder kann mal einen schlechten Tag haben. Natürlich. Ich hatte noch nicht mal 700 Punkte. So ne Scheiße. Sollen wir uns ne Team Deathmatch Runde suchen? Da kann man wieder wenigstens was reißen. Ja, kann man. Also Party verlassen. Ja, hab ich schon. Das geht ja. Rage Grid. So... Ein Trupp sind wir noch. Bist du bereit? Ich bin bereit. Kommst du mit? Natürlich. Cool. Und wir sind in einem Team. Jetzt schnell beitreten. Sind wir? Sind wir? Ja! Ja, 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 ja. Wir sind das erste Mal. Also das erste Mal im Game. Oh fuck. Nein! Wieso zum Teufel spawne ich vor den Gegnern? Wahrscheinlich, weil die Map ein bisschen klein ist, oder? Vermutlich, ja. Ich bin eher hier. Pass auf, da sind zwei Gegner. Einer, da ist noch einer oben auf der Empore zwischen den zwei Zügen. Hat er dich? Nee, ich bin noch am Leben. Der ist jetzt nach links gelaufen, glaube ich. Ja, ist klar. Ich guck mal, ob ich dich ja da hinten ein bisschen... Du bist unter mir, ne? Ähm, muss sein. Oh! Granate. Ich glaube, ich sollte mich nicht darauf konzentrieren, dich zu finden. Ich glaube, ich sollte einfach mal ein bisschen überleben. Was ich glaube ich vielleicht angemacht habe, wenn wir uns aus Zufall treffen, ist geil, aber... Oh, jetzt haben wir uns aus Zufall getroffen. Ach du Scheiße, da sind drei Gegner. Also, nur mit Assist Punkten gewinne ich das Spiel hier nicht. Oh, was geht jetzt ab? Oh, cool. Oh, okay. Habe ich mich wieder blip & Und der killt mich mit der Pistil. Oh! Boah, jetzt finde ich keinen, ich raste aus. Kack. Alter! Scheiße, ich laufe hier schon hinterher, ich bin doch wieder tot. Aber die Lobby ist gleich leer, wie es aussieht. Die Verbindung zum Server wurde verloren. Ja, bei mir auch. Ich glaube, die wollen gerade nicht, dass wir spielen. Ich bin auch komplett aus dem Spiel raus geflogen. Ja, ich auch. Wahrscheinlich wegen Cheaten, weil wir zu gut waren. Ah, meine Fresse. Irgendwie kann ich die auch gerade nicht einloggen. Ne, ich glaube, die Server sind alle down. Oh. Hm. Ja, sind offline. Ja, dann würde ich sagen, machen wir ein Unterbrechen für heute. Ne, gut. So, Leute. Das heißt für euch, immer schön da oben auf den Link klicken, alle Folgen anschauen. Mhm. Das wird demnächst weitergehen mit Blacklight Rotate Rusion. Guckt euch unsere... Hm? Wir üben fleißig weiter. Ganz genau. Und ihr könnt meistens live dabei sein. Also, ja. Natürlich nicht live, ne. Also nachhinein mit dabei, wie auch immer. Im Video halt, als Zuschauer. Okay, genau. Ja, Freunde. Dann Daumen nach oben. Oben rechts auf den Button klicken. Und, ähm, ja. Viel Spaß bei meinen restlichen Videos. Haut rein, tschöööööä. Bis zum nächsten Mal.